Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Äh, bleibst du wohl stehen? So, schön. Eieieiei. Das war aber... Uiuiuiui. Das ist eine... ...Glanzleistung hier. So. Uiuiuiui. Da bilde ich mir jetzt einen auf ein. Das ist mir jetzt... Halt, stopp! Foto hier. Können wir mal so... ...wom den Zugrum. Ah, hier ist eine Unterführung. Ich würde da rein, Manu. Mami, Mami, Mami. Ich kann mich nicht rein. Ein Spaß. So, ähm... ...hier, silberner Zug. Typ, der mir ins Bild läuft. Egal. So. Was ist denn da der nächste Kilometerstein? Äh, Kilometertafel. 65, ne? Genau. Genau. Diese S-Bahn fährt als S2 nach Bitterfeld. Nächste Station, Delitsch Unterer Bahnhof. Äh, da ist bald ca. ein 2. 61,8 oder so. 61,8. Mal schauen. Das hin. Ne, 61,2. Okay. Oder 61,4. Nehmen wir mal 61,4. Gut. Also ich kenn mich hier zwar aus, was, ähm... die Schalke eingeht und so weiter. Allerdings weiß ich nicht genau, bei welchem, äh... Kilometer jetzt welcher Bahnhof ist. Die sind hier teilweise echt saukurz im Moment. So, schau mal ab. Ist wahrscheinlich eh wieder ein bisschen zu früh. Hallo. Musst du mal aufhören? Okay. Okay. Die Nachladung sind, äh... extrem. Sind nur 1,5. Interessant. Stimmt, der Bahnhof von Delitsch ist etwas länger. Ja, jedenfalls. Das ist da jetzt auf dem, auf dem wir ankamen. Nächste Station. Delitsch Unterer Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Letzter Halt im Mitteldeutschen Verkehrsverbund. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nichts. Ja, jetzt rudern wir hier ein bisschen rein, aber... Einiges reinrudern sogar besser, als, ähm... Grad so zum Stehen kommen. So. Ich peile mal da vorne die Haltetafel an. Ah, wahrscheinlich drüber. Ja, drüber. Tö... Oh. 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 Ah. Okay. So viel habe ich jetzt nicht geschätzt. So viel habe ich jetzt nicht geschätzt. Chats, genau. Ja, doch. Ja. Aber... Meine Güte. Wir müssen seit 2 Meter mehr laufen. So. Ja. Halbe Minute zu früh. Mensch. Ist ja... Wunderbar. Läuft ja. Der Himmel scheint auch irgendwie nur so von links nach rechts zu laufen. Äh, von rechts nach... Ne, von links nach rechts zu laufen. Sieht etwas hässlich aus. Aber okay. Hab ich denn irgendwie doch die Wolken aus um sich zum Beispiel lieber, aber... Ey. Ich freue mich ja echt schon auf den, ähm... Flirt 3, der bald kommt von Chris Trains. Der ist ja schon ne... Im, ähm... Im Beta-Stadium. mittlerweile. Gibt auch schon einige Videos von dem. Und... Das sieht schon, äh... Echt genial aus. Also da freue ich mich nicht drauf. Ich bin generell so ein, so ein, so ein ET-Fan, beziehungsweise halt generell so ein... Triebwagen-Triebwagen-Fan. Also sowas wie Diesel-Triebwagen, also eben DT oder Elektro-Triebwagen, eben ET. Das, was wir hier haben, ist halt ein ET. Also das ist eben der ET 442, beziehungsweise ET 2442. Weil jetzt halt irgendwie ne andere Baureihe ist ja neuer Baureihe. Jetzt ruggelt's hier einiges, aber... Jetzt ruggelt's hier einiges, genau. Ne, jetzt ruggelt's hier ganz schön stark. Wegen den Talents. Weil nicht mal so talentiert sind. Ha, ha, ha. So. Ähm... Fünfund... 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 Neun... Fünfundfünfzig, äh... Fünfundfünfzig, äh... Fünfundfünfzig, sechs, okay. So. So... Mach' hier mal ein paar Screenshots für meine Thumbnails haben. Ich hab' das grade extra so betont. Ein paar Screenshots für meine Thumbnails habe. So. So. Ein paar Screenshots für die Thumbnails. 55, sechs, äh... iler sind mal 58 ist. komment. Lekommen auf den Tisch heben. die die wenn sie auch nicht so so voll sind verhält auch nicht ne, also beim Flood Flood 3 geht das ja auch Ah, ich glaube ich schalte mal ein bisschen früher ab oder von schon mal ein bisschen früher zu bremsen Petersrode ist dann doch etwas sehr kurz Ich bin der Szenario glaube ich irgendwann schon mal selber privat aufgefahren und ich meine da habe ich mich zumindest in Petersrode kläglich verbrannt Ein Mischzug mit einer 185 glaube ich war das vorne Ja, ich rudere jetzt etwas zum Bahnhof aber wir können uns zeittechnisch sogar erlauben Nächste Station Petersrode Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante So Hallo, bleibst du stehen? Danke Äh Oh Ja Das ist halt Halt, stopp, das ist eine Lüge Der ist, der ist einfach gerollt Ja, ich bin gar nicht schuld Ne, das ist, finde ich jetzt nicht okay Äh Er steigt trotzdem durch die geschlossene Tür ein Alles klar, Kollege Ach ne, er rett einfach auf die andere Seite Wow Egal So Es ist, äh Nicht fotografieren würde ich hier Ich schäme mich So Können wir denn langsam mal Danke sehr Also ich sollte ganz bestimmt kein TF werden Äh Db So Jetzt kommen hier Hebel auf den Tisch Und äh Scheiß drauf Nächste hat das Bitterfeld Da brauche ich jetzt nicht wissen Bei welchem Kilometer das ist, weil Es gibt da eine relativ markante Stelle vorher Diese S-Bahn fährt als S2 nach Bitterfeld Nächste Station Bitterfeld Man kann sich eigentlich gar nicht verbremsen Bitterfeld zumindest nicht Also jedenfalls nicht so, dass man sagt Oh, oh, wo kam denn der Bahnhof her? Also hier Petersroder zum Beispiel Finde ich relativ fies, weil der Bahnhof ist klein Und hinter einer Kurve Versteckt Aber sowas wie Bitterfeld oder sowas Das geht mir easy hin Easy, Digga, easy Nee, Spaß Easy 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 Oh, easy Auf jeden Fall So Ich halte einfach, denke ich mal langsam ab Ja, meine Güte Nee Geht mir hier an Sie versagt das Teil nicht Ach, der nur mehr Irgendwann hab ich das mal gehört, beinahe Oh, ich muss auch ein Güter Irgendwann bei der Präsenter, äh, bei der Dokumentation oder sowas Dass man, äh, dass er die, äh, auszubildenden, ähm In Sinne ausbildung, allein wenn der Siegverlämpfchen leuchtet, quasi schon mal so, so packen Gummibächen oder sowas Kaufen müssen, so ungefähr Also, so diese kleinen Tütchen Ja Also, ich würde das auch machen Wenn ich die für mich selber kaufen muss Geht Problem, geht Problem Das meine ich hier halt in den geraden Stellen und so weiter Kann man, kann man sich relativ gut gut darin orientieren Und dann sieht man auch, wenn sich da hier noch so lange zum Linkskurve auch schon den Bahnhof Nächste Station Bitterfeld Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr Dieser Zug fährt weiter nach Jüterburg Ausstieg in Fahrtrichtung links Yay, unser erster Halt mit Auto, ne Nicht unser erster Halt, oh Gott Was will ich denn für den Schmachs So, jetzt müsste, möchte ich allerdings gern die Hartafen genau treffen Wunder Die Leute Diese Wie Die 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 Koffe Die jawohl 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 ist ja wunderbar hier ich weiß ich drücke euch mit meinem eigenen aber ist mit so ein bisschen unter von man wegen dem hamster aber soll sich stören nämlich bedankt mich fürs zuschauen der sache tschüss bis zum nächsten mal hoffe auch dass ihr beim bei nächsten bei einer wie es auf diesem kanal mal vorbeischaut scharro bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020